Das Friedensreich Gottes Wir alle wollen einmal dort sein und das Heil erlangen. Wir wollen das ewige Leben und die ewige Gemeinschaft mit Gott haben. Und wir wissen, dass wir dafür etwas tun müssen. Wir müssen unser Leben nach dem Willen Gottes ausrichten. Doch ist uns auch bewusst, was das heißt? Ist uns bewusst, was es heißt, dem Bösen zu entsagen und Gott zu dienen? Nun ja, ich glaube, wir wissen schon, was es bedeutet. Nur ist die Umsetzung gar nicht so einfach. Wenn es da zum Beispiel jemanden gibt, der dich die ganze Zeit ärgert und Dinge über dich erzählt, die überhaupt nicht wahr sind, aber jeder sie glaubt und sich von dir abwendet, dann kannst du entweder zurückschlagen und auch Lügen über diese Person verbreiten, damit sie spürt, wie du dich gerade fühlst, oder du bleibst passiv und tust nichts dergleichen. In so einer Situation die richtige Entscheidung zu treffen, ist verdammt schwer. Doch genau in solchen Situationen müssen wir dem Bösen widerstehen und auf Gott vertrauen. Das ist nicht leicht und wird uns auch nicht immer gelingen. Aber Gott hat denen, die ihn lieb haben, ewige Gemeinschaft mit ihm versprochen. Also auch, wenn wir mal Zweifel haben, dürfen wir das Ziel, die Wiederkunft Jesu Christi, nicht aus den Augen verlieren. Und so können wir uns bemühen, zu handeln, wie es Jesus als Mensch getan hat, nämlich voller Liebe für unsere Nächsten und unbeschreiblich großer Liebe zu Gott. Denn das ist es, was Gott will und was wir tun müssen, um Heil in seinem Himmelsreich zu erlangen. Aber das ist nicht alles. Denn viel wichtiger, als es nur zu tun, ist es auch zu wollen. So leben zu wollen, wie Jesus und für immer bei ihm zu sein. Sagt jemand Anfechtung, fasse ich es persönlich meist negativ auf. Man hört auch von Prüfungen, die man bewältigen muss, um sein Glauben zu stärken, zu beweisen oder sich darin zu positionieren. Gleichzeitig steht die Frage, an welchen Gott glauben wir denn? Ist es einer, der uns prüfen muss, um zu wissen, wie wir es meistern werden? Mein eigener Glaube ist zwar labil, aber ich weiß, dass ich an jemanden glauben kann, der mich liebt und kennt. Wie verstehe ich dann Anfechtungen? Jeder Mensch hat seinen eigenen Willen von Gott bekommen. Er kann Gutes oder weniger Gutes tun. Da jeder einen anderen Blickwinkel und eigene Maßstäbe hat, können unterschiedliche Bewertungen entstehen. Es kommt darauf an, wie wir den anderen, unseren Nächsten, annehmen. Dabei ist ein Annehmen ein reines Akzeptieren. Es heißt nicht, dass man die Meinungen des anderen übernehmen oder selbst Verständnis dafür entwickeln muss. Es ist ausschließlich die Einstellung, mein Gegenüber ist ein Mensch, genau wie ich. Dazu muss man kein Christ sein. Meine größte Herausforderung ist, beim Akzeptieren keine verletzenden Worte in mich zu stopfen. Denn, wenn man jemanden als Menschen annehmen möchte, müssen gleichzeitig nicht alle Schranken zur Seele aufgetan sein. Sind sie es, müssen viele Tränen mit mehreren Waschgängen die Seele reinigen, bis man seinen Blick wieder nach vorn richten kann und sein Krönchen gerade rückt. Solange die Gewissheit da ist, dass das Krönchen beim nächsten Schritt auf den anderen Zug noch sitzt, der Blick nach vorn bleibt und man sein Leben nach seinen eigenen Bedürfnissen geben kann, dann glaube ich, habe ich das Ziel erreicht. Beim Lesen unseres Wortes heute wurde ich erstmal stutzig, da es meiner Ansicht nach etwas missverständlich ist. Es klingt erstmal so, als müsste man Anfechtungen erdulden, um die Lebenskrone zu empfangen. Zeitgemäß formuliert, du musst da durch, sonst kommst du nicht in den Himmel. Aber beim genaueren Hinschauen habe ich das dann wieder etwas anders verstanden. Ich gliedere es mal von hinten auf. Die Krone des Lebens hat Gott denen verheißen, die ihn lieb haben. Das ist also die Bedingung, ihn lieb zu haben. Man empfängt die Krone des Lebens, nachdem man bewährt ist, also nach den Anfechtungen und die kommen im Leben ja sowieso. Und jetzt der Bonus obendrauf. Wer die Anfechtungen erduldet, wird selig. Und selig heißt laut Katechismus und Fragen und Antworten nichts anderes als glücklich. Wenn du jetzt also gerade in einer Krise steckst und die Situation echt einfach nicht mehr in deiner Hand liegt, dann versuch sie anzunehmen. Lass das Kämpfen, Ringen, Hadern einfach mal sein. Und wenn sich der Sturm in deinem Kopf und in deinem Herzen dann gelegt hat, kehrt Ruhe ein. Und du wirst seelisch. Und du wirst seelisch.